Jippie yo, da sind wir wieder zurück, sonst bräuchte ich genau den hier, ach da oben dann die Kiste, diesen, der bleibt, der kommt weg, der kommt auch in eine Kiste so, wieviel haben wir jetzt, eins, zwei, drei, Kiste, eins kommt weg, oh ganz genau das habe ich ganz genau gemessen oh, zu wenig Kisten, ich habe mir eine Reihe vertan, ach dann hole ich noch schnell zwei oder nee, ich habe nicht so viele Gattern mit darf ich mich etwas vertan so, dann ist hier noch gut, hier ist auch aufgeräumt, dann kann ich das rausreißen ja, also es muss raus, der muss auch raus, einstwellen so, nein, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich noch, den brauche ich auch noch verdammt, dann hätte ich nicht rausreißen müssen naja ähm muss ich sogar hier raus noch hier hochgehen, sonst verbindet sich das mit der Kiste wieder genau passt eins, zwei Kabel wenn wenn plussignal, dann ridstone-signal wenn platzene mentale, dann plussignal wenn plussignal, dann ridstone-signal man kann das plussignal natürlich oder die signale, also die kabelsignale nicht einstellen, wenn keine kabeln angebracht sind äh, platzene mentale, dann plussignal, dann plussignal, dann plussignal, gut wir haben zu viel mitgenommen da habe ich einfach zu wenig Kisten eingepackt, anscheinend ach so, nee, vier Kisten brauche ich drei Stück, ja, stimmt schon ja, hier lag auch noch was herum so, oder dann mal der Mist hier gleich wieder alles abgeben dass ich Platz habe ach so wie verbinde ich das hier eigentlich mhm, ein Steinrohr brauche ich hier oh, hier wird es aber problematisch werden muss ich hier ein Eck machen auf jeden Fall toll, verbinde er sich hier das heißt, ich muss hier das Eck machen so, dann kann ich nämlich hier wie viel muss ich runter eins muss ich runter gehen dann passt das und hier werde ich hoch gehen hier muss ich nämlich Steinrohr benutzen sonst verbinden sie sich wieder dann genau hier da muss der raus und der auch raus dass ich hier vier Muttern anbringen kann aber Kabeln habe ich zu wenig mit hier eine Reihe ist schon komplett voll und die Kiste ist auch die ist noch nicht voll bisher ist alles schon voll Steine das brauche ich nicht mehr das brauche ich nicht mehr Stein brauche ich dafür Steine Transporträure und Kabeln brauche ich noch die sollten reichen so, Kies hier haben wir Ehre hier Kies nehme ich gleich mit zum Einstellen so, Kies Genau. Jetzt noch Kabel nehmen wir mal ein. Gut, das heißt hier, mein Plus-Signal, dann Redstone-Signal. Mein Platz, dann Plus-Signal. Dann kann ich hier wieder alles zumachen. Hier muss offen bleiben, hier muss ich nämlich einen Motor reinstecken. Hier kann zugemacht werden. Hier muss ich alles rausschmeißen, das nehmen wir ihn da. Und dass ich hier die ganzen Steine abtransportiere. Ah, die ganzen... Weg, 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 das kommt weg, das könnte ich auch wegräumen, den brauche ich noch. Und Stein brauche ich den noch. Motoren, wie viel brauche ich denn? Hier brauche ich drei. So, wir sollten reichen drei. Da wäre jetzt nur die eine Kiste voll, da habe ich schon alles Milch reingeschmissen. Und die sind nicht mal zur Hälfte voll. Und so viel gibt es da drin auch nicht. So, und dann brauche ich noch vier Motoren. Das ist das kommt weg. So, ich fünf. Das kommt weg. Dann werde ich mir nachher schnell den Stein abbauen. So, oder? Bei rot kommt das rein. Kies und Erde. Und so grün, genau, wollte ich mir jetzt einen Stein abbauen. Hier schnell. Und bei grün kommt der rein. So, passt's. Dann kommt es hier wieder hin. Hier kommt wieder eine Fackel hin. Die Motoren werden noch nicht angebracht. Hier ist nichts. 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 Hier ist eh auch nichts. Wen in den letzten beiden. Das Sandstand, der kommt auch weg. Das Sandbauer lasse ich hier mal laufen. Dann dreie ich nämlich dann einfach hier weg gleich. Dann habe ich nämlich da reingeschmissen. Wir haben einfach ein Zufalles im Winter. Dann sollten sich auf jeden Fall die Kisten ausgehen. Ich könnte das jetzt nochmal nachrechnen. Die Rechnung wäre 32 mal 32 mal 51 durch 54 durch... Nee, ähm, Moment. 32 mal 32 mal 51 durch 64. Und das durch 54 und so viele Kisten brauchen wir für die Steine. Wir haben jetzt 30 Kisten. Ich schätze mal 21 Kisten oder so. Ich habe das irgendwo notiert. Da habe ich in den Zettelchen. Das hier. Ja, hier habe ich das. Bei 32 mal 32 Fällen brauchen wir 16 Kisten. Dann wäre sich mit 20 doch ausgegangen sogar noch. Aber ich glaube, dass wir drei Kisten schon alleine voll haben. Und ich schmeiße immer wieder Steine dazu. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann... ...doch alles durchhält. So, einmal noch. Dann müssten wir das haben. Genau. So. Achso. Hier. Ach, hat schon alles weggepumpt. Dann gibst du mir den auch noch. Dann kann ich mir hier die Motoren anschließen. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. So. So, mir passt das. Was geht hier ab? Eher viel schwierige Zuckungen. Den haben wir auch angestellt. Gut. Dann können wir das wieder anschließen. Den Sand kann ich mir auch gleich brennen lassen. Dann kann ich ihn zum Glas schmeißen auch. Tup, tup, tup. Fragt mich nicht, wo ich denn hier habe, den Sand. Wahrscheinlich von den Umbauarbeiten. So, da ist im Moment also nichts dran. So, da ist im Moment also nichts dran. Der ist auch schon wieder fertig. Der ist jetzt auch durch. Können wir das nächste reinigen lassen. Die Erzwaschenlage ist auch fertig. Das haben wir hier Blei jetzt. Ne, Eisen jetzt. Dachte ich mir. Blei jetzt. Habe ich keins rein geschmissen. So, hier. Das brauchen wir. Das kommt hier rein. So, und das können wir auch brennen lassen. Dann Gold. Hier wird inzwischen auch alles zusammengemacht. Das Gold und gebrannt auch. Deswegen liegen hier natürlich einige Stacks herum. Was habe ich hier jetzt noch? Eisen. Dann mache ich hier das Deck zusammen. Und dann lasse ich das auch gleich brennen. So, jetzt haben wir einen Ofen frei. Nein, wir haben keinen Ofen frei. Doch, der Ofen ist schon wieder frei. Wo wir Stein brennen können. Genau, hier können wir auch nachgucken. Das ist auch gemacht. Das sind nämlich die Windräder dann schon für oben. Beim Haus. Die Carbon. So, hier arbeitet es wieder alles. Hier oben. Hier habe ich die 18. Die Schlacke. Die 44 kommen in den Kompressor. Jetzt rein. Die Schlacke schmess ich hier dazu. Dann lasse ich die schnell mal machen. Dass die auch gleich fertig sind. Was hat der Timer? Fast 20 Minuten. Jetzt sind wir diesmal richtig. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ja, sondern wir sehen uns in derñaine. Wir sehen uns